Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Man kann nur sagen, stay home, also bleibt zu Hause und macht aus dieser Zeit eine gute Zeit, soweit es geht. Und stay cool, das heißt, versucht den Kopf einzuschalten. Die Gefühle werden oft euch was anderes sagen, nämlich hin zu anderen Leuten, doch mal irgendwie was machen, was jetzt nicht okay ist. Da muss man einen klaren Kopf behalten. Mein Name ist Michael Hildenkamp, ich arbeite bei der Telefonseelsorge und bin ausgebildet als Supervisor mit dem Schwerpunkt Konflikte und Trauma. Von der Grundausbildung Theologe und Pädago. Also vieles ist gleich geblieben. Also vieles ist bei uns auch gleich geblieben, dass wir sagen, es ist wichtig, mit den Menschen zu reden und nicht zu tun, als wüssten wir alles besser. Und nicht zu denken, dass wir quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten oder dass wir Rezepte hätten. Das unterscheidet diese auch manchmal von anderen Verläufen. Wir sitzen ja mit den Anrufenden quasi im selben Boot. Auch wir müssen immer gucken, wie organisieren wir uns denn selber in unserem Privatleben? Wie machen wir das denn für uns? Wie gehen wir mit den Unsicherheiten, mit den Ängsten um? Laden wir die Tochter vom Studium am Wochenende über Ostern ein oder verzichten wir auf soziale Kontakte? Also alle Mitarbeiter müssen auch, haben ja quasi sowohl privat als auch jetzt in ihrer Arbeit dieselben Fragen. Und das macht manchmal Gespräche sehr viel persönlicher und manchmal auch näher. Das ist möglicherweise ein Unterschied, aber den finden wir jetzt nicht besonders tragisch. Was unsere Anrufe angeht, sind es natürlich mehr Gespräche. Wir haben bundesweit etwa 4000 Gespräche am Tag mittlerweile. Und ein großer Teil, ein Drittel, zunehmend 40 Prozent, haben das Thema Corona zum Inhalt in verschiedenster Ausprägung. Bisher ist es so, dass wir eigentlich merken, dass es natürlich sehr viel Verunsicherung und eine Menge an Ängste gibt, an Ängsten gibt. Was kommt da auf uns zu? Also die Unsicherheit ist immer noch sehr groß. Vor allen Dingen bei vielen Menschen, die uns anrufen, die ja auch sehr sensibel sind, es sowieso kennen, möglicherweise Schwierigkeiten in ihrem Leben zu haben oder auch in Krisen gesteckt zu haben. Und für die ist es, ich sag mal, als Gruppe, die sehr sensibel und sehr aufmerksam ist, sowieso so, dass sich Ängste verstärken, dass sich auch so etwas wie Aggression und Unsicherheit verstärkt. Und dass man orientierungslos ist. Ich glaube, das ist im Moment immer noch der größte Faktor in den Gesprächen. Und zunehmend merkt man natürlich auch, dass die Einschränkungen Wirkung haben. Im Sinne von, ich kann wirklich nicht mehr rausgehen. Ich kann meine vertrauten Wege nicht mehr machen. Ich spüre, wie das ist, wenn ich keine sozialen Kontakte mehr habe. Was wir tun ist, erst mal zu gucken, was ist es denn, was dich so umtreibt am Telefon? Was ist es denn, was dir so Angst macht, dich so unsicher macht? Dass man quasi ein Ventil hat, diese Dinge ansprechen zu können. Was macht denn so Angst, dass die Großmutter im Krankenhaus ist? Wo spüren Sie das? Also wirklich mit den Menschen, die anrufen, versuchen zu verstehen, was die umtreibt. Und dann in einem zweiten Schritt zu gucken, okay, wie können Sie sich so organisieren? Was können Sie tun, damit es Ihnen in dieser Situation besser geht? Damit Sie das besser aushalten? Können Sie sich besser informieren? Können Sie Pausen machen vom Coronavirus, wo Sie sich es auch gut gehen lassen? Können Sie telefonieren? Können Sie Tagebuch schreiben? Es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen, denen es nicht gut geht. Und wir sagen, erst mal ist es wichtig, in solchen Zeiten auch die Hilfe, Selbsthilfe zu aktivieren. Und das geht oft erstaunlich gut. Und manchmal ganz einfach, wenn jemand schon mal wieder tief durchatmen kann und sagen kann, meine Güte, dass ich das mal jemand sagen konnte. Das hat mir jetzt gut getan. Es hat mir nicht geholfen, paradoxerweise, aber es hat mir gut getan. Also geholfen im Sinne von, wir haben auch keine Tabletten, wir haben keine direkten Dinge, die wir machen können. Aber es hat gut getan, mit einem anderen Menschen darüber zu sprechen.